Yo Leute, wir gehen das finale Rework von Renga durch, das jetzt confirmt worden ist, dass ein Patch 12.6 kommen soll. Wichtig, davor wurde nur gesagt, sie wollen diesen Patch anpeilen, weil es nicht geklappt hat, hat es eben nicht geklappt. Wir warten jetzt schon seit einem halben Jahr drauf. Ich finde, den Change ist nicht ganz so cool. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, gerade weil wir so ein halbes Jahr gewartet haben. Natürlich weiß ich nicht, ob jetzt bei vielem das Coding das Problem war. Da kenne ich mich nicht so gut aus mit Sachen coden und so weiter und so fort. Deswegen, ja, jetzt haben wir ein halbes Jahr gewartet und hier ist es. Bevor wir das durchgehen, zwei Informationen für euch Leute. Wir brauchen für morgen, da ist ein Bootcamp, einen fünften Spieler und für nächste Woche brauchen wir ebenfalls einen fünften Spieler. Das heißt, falls du Lust haben solltest auf Bootcamp, Leute, diese Preise sind reduziert von mindestens 350 Euro auf mindestens 250 Euro. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch bei René im Players Hub Discord, denn wir brauchen dort noch unbedingt einen fünften Spieler, dass wir dann einfach eine volle Team-Erfahrung haben. Wenn nicht, dann eben nicht. Eure Rolle ist egal, eure Elo ist egal. Meldet euch einfach bei ihm an. Ihr habt dann drei Tage All-Inclusive bei uns im Hub-Haus. Ihr kriegt dreimal am Tag zu essen. Ihr pennt hier. 24 Stunden könnt ihr die PCs nutzen. Acht Stunden Coaching am Tag. Drei Tage lang dann insgesamt. Also 24 Stunden. Und ich lache auch über eure Witze darüber, dass eure Teammates euch zurückhalten. Würde ich nicht vergessen. Die zweite Sache ist, einige von euch haben es schon mitbekommen, die mir auf Twitter folgen. An dieser Stelle folgen wir auf Twitter, Leute. Und auch im Stream. Ich habe ein Projekt, das ich starten möchte und das ist das Elo-Buch. Da suche ich mir eine Person raus, wo ich verschiedene Thematiken mitmachen möchte. Ich möchte vielleicht mal einen alten Sack bei mir haben. Vielleicht möchte ich mal jemanden mit einer Behinderung haben, geistig oder körperlich. Vielleicht möchte ich mal jemanden hier haben. Der noch nie League gespielt hat. Ja. Oder mega, mega fresh ist. Ja. Und auch mit bestimmten Elo-Sprüngen. Ähm. Ich würde den Start gerne mit einem Girl machen. Oder mit einer Frau. Oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ähm. Da haben sich schon welche angemeldet. Ich werde am Montag im Stream diese Bewerbung hier durchgehen von den Leuten. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt. Link ist ebenfalls unten in der Beschreibung. Und dann fangen wir dann jetzt auch erstmal an. Also, das sind die Changes. Es soll noch mehr kommen von dem, was Phlox gesagt hat. Aber wir haben das hier erstmal als Start. Hier sind einige Sachen, die ein bisschen verwirrend drin sind. Ich werde auch nochmal ein Gameplay machen. Ich hatte leider noch keine Zeit, um es anzuspielen. Ähm. Und ich werde auch wahrscheinlich erstmal nicht so viel Zeit dafür haben. Vielleicht erst am Montag sehen wir ein Gameplay dazu. Aber dann schauen wir weiter. Leute. Modified. When Rengar has no Ferocity, his next leap generates one Ferocity. Das hier bedeutet einfach nur, es ist egal, wann du als Rengar springst. Du kriegst ein Ferocity. Ein. Aber nur einmal. Das heißt, du kannst auf der Offenfläche sein, QWE machen. Hast du drei Ferro. Dann gehst du ins Gebüsch rein. Springst. Oder du machst Ultian und springst. Hast du eine vier Ferro. Das geht nur ein einziges Mal. Das heißt, wir müssen nicht mehr dann springen, wenn wir null Ferro haben. Sondern wir können jederzeit innerhalb der Kombo ein Ferro aus unserem Jump rausbekommen. Ganz cool. Macht uns weniger Busch abhängig. Bzw. es macht uns weniger davon abhängig, die Kombo aus dem Gebüsch raus zu starten. Ja. Das ist pretty good. Ferocity Fall of Time. Unser Ferro hält jetzt länger von 8 bis 10 Sekunden. Das hier ist für neuere Rengar-Spieler ein guter Buff. Denn das, was Rengar immer ein bisschen schwierig gemacht hat im Jungle, ist es, die Ferro zu halten. Aber auch für erfahrene Rengar-Spieler ist es ein cooler Buff. Denn diejenigen von euch, die sich bereits mit Triple Q und sowas auskennen, wissen genau, wie viel man hier raustun kann. Gerade auch die Tatsache, dass man jetzt wieder Ferro bekommt, egal wann man springt. Das heißt, ich kann jemanden anjumpen, Bowler aufwerfen, QW-E machen, in ein Gebüsch reingehen, jumpen, wieder eine E machen, Double Snaren. Ist pretty strong. Ist pretty, pretty strong. Bone Tooth Forgiveness Timer. Oh mein Gott, Leute. Oh, das wollte ich schon immer haben. Ähm, das Ding ist bei Rengar, was sehr komisch ist, im Normalfall gibt es eine bestimmte Zeit, bis wann ihr einen Kill oder einen Assist braucht, damit ihr halt einen Stack bekommt. Oder ihr braucht vielleicht nur einen Assist oder nur einen Kill, so wie bei den Ultimate Hunter, Relentless Hunter und so weiter und so fort. Bei Rengar war die Zeit sehr kurz. Ich musste dem Ziel Damage machen. 1,5 Sekunden dann, bevor ihr stirbt, wird erhöht auf 3 Sekunden. Das hier ist sehr frustrierend in so vielen Momenten, gerade wenn ich mal einen Kill abgeben möchte. Ich weiß, das hört sich komisch an. Ähm, weil ich dann den Stack nicht kriege. Fickt mich einfach mega ab. Ist ganz cool. God sent quality of life change, ja. Timing on ability to leap from the bush is no longer variable by up to 0,25 seconds. Range increased, äh, range increased 25 units to adjust. Rengar hatte immer einen kurzen Delay, wenn er das Gebüsch verlässt, wie lange seine Passiv noch aktiv hält. Jetzt ist das Problem hier, ähm, das, es war random. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt ihr das Gebüsch verlässt, wann der Buff wieder respawnt, dass die jumpen können, könnte, erhält der Buff vielleicht nur 0,1 Sekunde, 0,0, was weiß ich. Jetzt ist es consistent. Wir müssen von einem Gebüsch aus springen, damit wir dann wirklich springen. Äh, nee, wir müssen von einem Gebüsch aus den, den Ort attack beginnen, damit wir dann springen können. Ähm, hier stellt mir die Frage, ob er jetzt TP genervt worden ist, weil man konnte als Rengar von einem Gebüsch aus TPen und dann for free jumpen. Aber ich mag den Ausgleich hier, mehr Consistency, 25 Range mehr, um das Ganze auszugleichen. Ich weiß nicht, ob das ein Nerf ist, für den Moment, dass man 2er Boots hat und Ghostblade zieht, ähm, ob man dann weniger jumpt oder sowas, aber dass Consistency da ist, finde ich schon mega, 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 mega wichtig. Gerade auch für neuere Rengar-Spieler, weil die dann ihre Range besser einschätzen können. Jump-Height slightly increased, ich hab gar keine Ahnung, was der Scheiß soll. Also, ich mein das ernst, ich weiß, Rengar hat mal irgendwann mal was am Jump verändert. Ich weiß aber nicht, was das ausmacht, ganz ehrlich. Ich spiel Rengar seit seinem Release, mir ist da jetzt nichts aufgefallen. Vielleicht weiß das jemand von euch besser und kannst dann in die Dingens reinschreiben. Äh, uses secondary resource bar for stack, shown which stack came from leap. Einfach nur, ähm, Visibility change, dass man weiß, dass man schon wirklich ein, vier Euro aus seinem Jump bekommen hat. Es ist ganz cool. Also soweit die Passive Changes, ja. Ähm, das hier mit dem Jump finde ich cool. Frosty Falloff-Timer finde ich tatsächlich etwas gefährlich. Gerade in den Händen von erfahrenen Rengar-Spielern. Ähm, ich mein, klar, die erfahrenen Rengar-Spieler konnten bereits mal 8 Sekunden umgehen. 10 Sekunden nochmal zugeben, macht sehr viel aus. Gerade mitgeben, wenn man für Catches geht. Dieser Buff hier ist nice, dieser Buff hier ist nice. Das hier check ich nicht, das hier ist cool, I guess. An sich ganz in Ordnung. Jetzt kommt der Part, der mir nicht gefällt. Always counts as a critical strike. Critical strike chance scales damage. Ähm, das hier müsste ich auf dem PBE testen, wenn ich ehrlich sein soll. Also das Ding ist, Rengaku kritet immer. Jetzt stelle ich mir die Frage, krippe ich wirklich immer, immer? Also ist es ein Artificial Crit? Oder klinge ich wirklich Crit Damage oben drauf? Also, ne, ähm, als Beispiel. Vielleicht Rengaku auf dem jetzigen Server macht 100 Damage. Ich weiß nicht, ob Rengaku auf dem PBE jetzt, das werde ich noch testen, auch 100 Damage macht. Aber es wird 100 Damage als Crit angezeigt. Ähm, damit ich dann Navori Instant Procken kann. Also Navori Quickblade. Damit man dann vielleicht Randoins Instant gegen mich nutzen kann. Ja. Oder aber macht Rengaku auf dem jetzigen Server 100 Damage. Und auf dem PBE, wie geht's mal von Level 1 aus, 150 Damage, weil der critet. Ich weiß nicht, wie viel ist der Crit Damage? 200, oder? Ich bin nicht irre. Weil er macht dann 200, ne, er macht dann 200 Damage. Ist doch egal, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm, und er kriegt für jeden, jeden Prozent Crit, den er macht, macht er ein Damage mehr. Ich weiß noch nicht, ob das hier im Crit wieder mit drin ist. Also die Idee von Riot war, ist, Rengaku ist ein Flip-Champion. Gehe ich mit 40% Crit rein, Crit sich jemanden, ist auch One-Shot tot. Gehe ich mit 20% Crit rein, oder auch wieder mit 40% Crit sich niemanden, kenne ich auch wahrscheinlich niemanden. Also, kommt halt drauf an, gegen wen ihr fightet, ne. Ähm, die wollen die Rengaku weniger zu einer Slot-Maschine machen, weniger zum Trinner, sondern ihm mehr Consistency geben. Die Idee dahinter verstehe ich. Das hier müsste ich nochmal testen. Vielleicht gibt es jemanden von euch, das bereits auf dem PBE gespielt hat und es dann in die Kommentare reinschreiben kann, wie es dann wirklich ist. Ähm, aber, ich meine, den normalen Rengar-Spieler juckt das nicht, ne. Wenn es ihm einfach mehr Damage gibt, gibt es ihm mehr Damage. Ähm, aber wir sind jetzt sehr anfällig auf Randoins. Randoins sehen wir zum Glück nicht ganz so oft. Aber das ist ein harter Buff Richtung, ähm, Richtung Crit-Rengar, je nachdem, wie es sich auswirken wird. Phlox meinte auch schon, Leute, dieser Patch hält vier Wochen, by the way. Also, das heißt vier Wochen, bis das Rework kommen sollte. Ähm, die wollen hier nochmal Changes machen. Die würden hier noch Changes machen. Falls es nicht passt. Ihm vielleicht mehr Base-Damage geben, falls der Damage runtergeht. Was weiß ich auch. Müsst ihr nochmal gucken. Und Q funktioniert auch auf Tower. Ich glaube, das ist auch nur, nur der Bonus-Crit-Damage, der auf Tower funktioniert. Wenn die volle Q auch auf Turm funktioniert, denn im jetzigen Moment macht ihr eure Q, hat ja ein Base-Damage, was eure normale AD ist, plus den Bonus-Damage aus der Q. Ähm, das heißt, wenn eure Q 150 Damage macht, habt ihr 100, äh, 100 Base-Damage, weil ihr 100 AD habt, plus 50 Damage aus der Q als Beispiel. Und dann würdet ihr dem Tower nur 100 Damage machen. Ähm, ich denke nur, dass der Crit-Damage jetzt nochmal mit reingeht. Aber nichts anderes. Nicht, nicht, dass wir Turme kritten können oder sowas. Weil das ist ja ziemlich, Bro. Bowler-Strike, Leute. No Cast-Time when leaping. Danke. Ich weiß gar nicht, warum wir das überhaupt erst gemacht haben. Ihm Cast-Zeit zu geben, während er leapt. Ähm, wenn ihr jetzt die Bowler werft, während ihr am Jumpen seid, fliegt sie ins, keine Animation, kein gar nichts. Das hier macht eure Kombos so smooth. Das ist fucking insane. Ihr müsst auch nicht mehr die Cast-Zeit mit einberechnen, der manchmal kennt es, ihr springt als renkt an jemanden an und müsst dann die Bowler hinter euch werfen, um dann den Gegner zu hinden, weil das einfach mega bad ist. Ist cool. Neues Feature. Reveal Enemies for 2 Seconds. Und ich liebe diesen Change hier. Ihr kennt das manchmal als Ringer. Ihr wisst vielleicht, euer Gegner, ihr seid im Top-Lein-Gebüsch, das sind diese drei Gebüsche. Ihr wisst, euer Gegner ist da. Ähm, ihr werft eine Bowler rein, nur um ihn zu sehen, um zu wissen, ob er wirklich da ist. Und dann ist jetzt das Problem, ihr habt jetzt bereits einen Fero bekommen. Ich kriege keine Fero mehr, wenn ihr jumpt. Das ist nicht mein Fall. Ich kann meine Bowler reinwerfen. Ich kann sehen, wie viel Leben der Gegner hat. Ja, vielleicht ist da jemand drin, um mich zu ganken. Weiß ich nicht. Kann ich dann ja auch sehen. Oder kann ich trotzdem auf ihn committen? Weil ich kriege ja immer noch meine eine Fero. Und wenn ich sehe, er will nicht leben, töte ich ihn. Wenn nicht, yo, ich gehe raus, ist kein Problem. Ich kriege aber immer noch ein Fero, sollte ich aus dem Gebüsch springen. Sehr cooler Change. Ähm, auch ein cooler Change. Ähm, die für die Ulti. Jetzt sehen wir auch ein bisschen um die Nähe des Gegners herum, den wir sehen. Sehr cool. Jetzt kann man die Situation schon besser einschätzen. Wir kriegen ja keine volle Vision, was ich auch komplett in Ordnung finde. Und... Ich finde, diese Ringer-Change ist alles Shit. Ich finde... Das wird jetzt eigentlich von euch wundern. Ich finde, dieses Gesamtpaket ziemlich, ziemlich schickt. Jetzt fragt ihr bestimmt, warum. Weil das straighter Buffs sind. Niemand hat richtig nach Buffs gefragt. Sondern es wurde eher gefragt nach Quality Improvement, damit ihr das mal versteht. Wenn Ringer... Ringer ist zu abhängig vom Gebüsch und von seiner Ulti. Okay, das kann man hiermit fixen. Finde ich super. Finde ich fein. Fall-Off-Timer von 8 auf 10 Sekunden. Finde ich fein. Ringer hat eine sehr, sehr schwierige Einstiegskurve. Oder... Ne. Der... Reinzukommen in Ringer ist ziemlich, ziemlich schwierig. Gerade wenn ihr euch mal die Jungle Clears anseht, die möglich sind. Dann müsst ihr sehr lange practicen. Bontus Vergebnis-Thimer. 1,5 auf 3 Sekunden. Finde ich sehr geil. Mehr Consistency in seinem Jump. Finde ich geil. I guess Slide Increase ist ziemlich cool. Das ist auch cool. Damit kann ich arbeiten. Dass die Ehe keine Cast-Zeit mehr hat in der Luft. Und dass die... Das hier reicht auch aus. Das ist geil. Der Rest sind straight-up Buffs. Ringer hat eine Identitätsprobleme an seiner W. Wurde hier noch nichts verändert. Ja. Ähm... Hier ist auch... I think W not flowing into any Assassin Combo is a definitive feel bad for a lot of his builds. Same with the weird ear flickery around Ferocity Generation. It's very unforgiven and makes him very bush-reliant. Ist natürlich auch ziemlich gut, das Ding. Warte mal, wo ist hier der Part? Ähm... Ola? Ja. Do let me know, if there are any other smaller-sized feel-good changes, I can slip it. Das ist hier. Das ist wichtiger. Oh, warte. Das hier ist neu. Das habe ich noch gar nicht gesehen. The Q-Crit-Changes are so, that when playing low-percent Crit-Ranger, you're just not YOLO-hopping into... Okay. This also means you can... We can tune your Crit-Bills directly. If there shit, we bomb up the numbers and vice versa. Okay, gut. Das ist eigentlich völlig fein. Das habe ich bereits im Reddit gelesen. Ähm... Also ja, das wird... Wenn ihr Rangamen seid, freut euch. Es macht euren Champions sehr stark. Ich gehe auch davon aus, dass die Bunrate auch hochgehen wird, wenn er jetzt so rauskommt. Ähm... Weil das auch eine hohe Insensitive ist, für Leute, Rangas zu spielen, die nicht one-tricken, was auch fein ist. Habe ich wirklich kein Problem mit. Ähm... Aber ich mag es persönlich nicht. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Overall ist es gut. Hier sind aber Sachen, die mir nicht gefallen. Wahrscheinlich, weil ich diese ganze Crit-Scheiße hier noch nicht checke. Das kann natürlich sein. Vielleicht fühlt sich das Gameplay anders an. Das werden wir dann sehen. Aber, yo, Leute. Das war es dann auch von mir, ne? Nicht vergessen. Wir suchen für das Bootcamp, wo ihr wirklich drei Tage lang, oder mindestens drei Tage lang hier seid, Vollverpflegung bekommt. Ähm... Mit acht Stunden Coaching am Tag mit ein paar anderen Dudes. Suchen wir noch Leute. Wenn ihr für das Bootcamp kommen wollt, was morgen ist, und für das Bootcamp, was nächste Woche ist, zahlt ihr nur 250 Euro. Eure Rolle ist egal. Eure Elo ist egal. Und nicht vergessen, Leute, ich suche auch noch nach weiblichen Spielern für die erste Folge vom Elo-Buch. Dudes, macht euch keine Sorge. Ihr werdet auch noch rankommen. Wenn ihr Freundinnen habt, oder welche kennt, wo ihr denkt, yo, die können mitmachen, ihr könnt auch hier nochmal die Sprünge sehen. Von Iron, Bronze, Silber bis Gold wird ihr durchgecoacht. Von Gold, Platin bis nach Dia, von Dia bis nach Master und Höherzmaster wird nicht angenommen. Ähm... Zeiten, die saßt sind, alles flexibel. Der Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich würde damit auch sagen, Leute, ich bin da noch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020